Guten Morgen zusammen, bei uns gibt es jetzt gleich Frühstück und wie ihr hört, bin ich ein bisschen erkältet, aber das soll uns nicht von unseren Plänen für den Tag abbringen und zwar möchten wir heute gerne nach Kranzhall ins Räuchermann Museum und danach vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann die einzelnen Strecken der Bahn abfahren, um die Dampflock abzufangen. Genau, wir wünschen euch viel Spaß, Amy, du auch? Hast du auch Spaß? Will Amy essen? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo, wir sind heute im Räuchermann-Museum in Kranzwald im Erzgebirge. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Untertitelung. BR 2018 Da kommt sie. Da kommt sie. Hey, guck mal. Ja, es hat ja heißen. Bye. Bye. Musik 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 Jetzt geht's schon gut Musik 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 So, ich hole sie, da kann man was sehen. Willst du rein? Ja. So, ich hole sie, da kann man was sehen. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben jetzt fertig gegessen. Ja, wir haben es tatsächlich vergessen, aber es war sehr lecker. Ich hatte eine Pizza für Käse und einen Rest vom Rand übrig, den hat Michel gegessen. Und Michel hatte die 78, ein Begriff für jedermann, da war eigentlich so ziemlich alles drauf. Michel hat noch Hunger, wie man sieht, und lecker Lambrusco dabei. Prost. War zu schwer, Mäuschen. Oh, ja, musst du schnorcheln, so anstrengend gewesen. Ja. War so anstrengend. Ja, ganz, ganz schlimm. Zum Nachtisch gibt es noch eine leckere Waffel mit Sahne und Vanilleeis und mit Butterzucker. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. rage